Heute möchte ich euch mal unser Behandelteam hier vorstellen, damit ihr wisst, wenn ihr zu uns kommt, mit wem ihr zu tun habt und wer euch behandelt. Zu meiner Rechten haben wir den Herr Uff, der stellt sich jetzt gerade eben mal vor. Peter? Ja, hallo, ich bin der Herr Uff. Ich bin gebürtig aus dem Zornalbkreis, bin hier aufgewachsen und kenne die Sorgen und Nöte der Leute. Und meine Aufgabe ist es, Patienten, die keine Implantate wollen, zum Beispiel mit herausnehmbarem Zahnersatz zu versorgen, die mir selbstverständlich auch metallfrei anbieten. Und des Weiteren unterstütze ich meine Kollegen bei der Amalgam-Entfernung unter Schutzmaßnahmen. Vielen Dank. Das war unser Herr Uff zu meiner Rechten. Jetzt kommen wir zu der Kollegin zu meiner Linken, Frau Dr. Schulz. Bitte sag doch mal was über dich. Also ich bin gebürtig hier in Balingen, wohne in der Zwischenzeit am Bodensee und bin genau wegen dieser Praxis jetzt wieder hierher zurückgekommen. Ich bin auf biologische Zahnmedizin spezialisiert, habe zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich, bin auf Umweltzahnmedizin spezialisiert, Prothetik und Ästhetik. Und mein Aufgabengebiet ist es, die Zahnmaterialien so auszusuchen, dass sie im Einklang mit der Natur stehen und die Gesundheit des Patienten unterstützen. Danke ihr beiden für die kurze Vorstellung. Mein Name ist Christian Zotzmann. Ich bin Inhaber des Zentrums für biologische Zahnheilkunde und Implantologie hier in Balingen. Mein Behandlungsschwerpunkt ist eben die biologische Zahnheilkunde, worin ich spezialisiert bin. Besonders die Implantologie, da sind wir spezialisiert auf Keramikimplantate, weil wir hier einfach mit metallfreien Materialien arbeiten können. Wir stellen unseren Zahnersatz auch im hauseigenen Labor her, wo wir natürlich auch metallfrei arbeiten und die Materialien entsprechend derart auswählen, dass diese für den Körper auch gut verträglich sind. Und ja, das war ein bisschen was zu uns hier zum Behandlerteam. Wenn wir das Interesse bei euch geweckt haben für eine Beratung oder eine Behandlung bei uns, dann schaut doch einfach mal auf unsere Homepage. Hier könnt ihr euch über einen Link direkt bei uns anmelden und für ein kostenloses Erstgespräch einen Termin vereinbaren. Ansonsten freuen wir uns immer über einen Klick bei Abonnieren, drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal, euer Team. Bis zum nächsten Mal.